hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren folge redstone world und wie ihr schon seht nicht alleine zusammen mit dem janus hallo janus ja hallo leute auch von mir willkommen zu einem neuen video hier in der redstone world nach langer pause und zu einem ganz besonderen projekt start und zwar ihr habt es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen im letzten jahrzehnt wir haben es angeteasert es wird ein freizeitpark in der redstone world geben und werden uns nicht limitieren lassen command blöcke sind erlaubt das heißt es ist alles umsetzbar alles erdenkliche machbar und janus hat schon mal mega coolen freizeitpark gebaut willst du uns mal erzählen wo ja das ist eine ganz 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 alte serie von mir ich weiß nicht ich hatte mal ein ganz besonderes video von einer guten freundin von mir von der krisia bekommen und dort war das zu sehen das video ist jetzt ungefähr ja am 18 august letzten jahre ist rausgekommen und josef hatte damit gewirkt und in einer ganz ganz alten welt von mir i osas world hieß die serie damals habe ich einen freizeitpark gebaut der war okay von der größe würde ich sagen hatte aber eine richtig coole holzachterbahn und josef ist die auch schon entlang gefahren und das haben wir als anders genommen genauso wie natürlich josefs bekannte redstone world beziehungsweise redstone freizeitpark serie hier auch in der rest und world ein freizeitpark zu bauen und so einen weiteren wichtigen bestandteil hier in der welt zu schaffen meine damen und herren im vergleich zum redstone freizeitpark haben wir natürlich hier nicht die limitation dass wir nur redstone nutzen sondern natürlich die regel man sollte versuchen alles mit redstone zu machen wir dürfen aber für spezialeffekte command blöcke nehmen und das eröffnet uns natürlich noch mal grenzenlose möglichkeiten von wirklich krassen fahrgeschäften ja denke ich auch fahrgeschäfte werden es werden viele mini spiele werden es auch werden das ist zumindest bei mir so ein bisschen auf der liste und ich denke wenn diese welt mal wieder als download rauskommt und ihr die mit mehreren freunden auf dem server spielt oder josef mal hier such besuch bekommt dann wird das eine richtig richtig coole sache werden wie kommt man zum freizeitpark hin es soll einmal die möglichkeit geben dorthin zu fliegen es soll ein eine expressroute geben also wirklich so ein hochgeschwindigkeitszug der dahin fährt da habe ich schon echt lustige ideen freut euch das schon mal auf etwas den werde ich nämlich bauen ich möchte mich wirklich eine mcgf bauen die über dem die wirklich auf so dicken fetten schienen hier über den see fährt von der redstone world aus startet die wahrscheinlich im zentrum der redstone world und fährt dann diesen weg entlang so und ich hier meine damen und herren es lädt da langsam auf da kommt es geladen ist das gelände des zukünftigen freizeitparks wir haben allerdings uns von vornherein gesagt es soll ein naturpark werden genau das war die ganz besondere sache ich denke mal du bist jetzt bei mir hier josef irgendwo beim biegen hier fliegst da oben jetzt schon rum wir hatten damals als wir den flughafen gebaut haben schon mal geguckt was wir hier für chunks drumherum haben beziehungsweise was für biome hier sind und hier haben wir dieses wirklich wirklich wunderbare tiger biome und das sieht super cool aus und wir hatten damals gesagt dass wir einen freizeitpark bauen wollen der auch ein themenpark ist also sich mit dem biome beschäftigt in dem er drin ist und das war die idee wir wollen nicht wie beim redstone flughafen hingehen und alles platt machen und einfach stumpf irgendwo was drüber bauen sondern wir wollen ein freizeitpark bauen der sich perfekt ins biome integriert das natürlich auch ein bisschen mit umgestaltet aber vom look mit den fahrgeschäften auch hier sehr sehr gut reinpasst und da sind wir auch ganz ganz fleißig jetzt schon überlegen gewesen ich kriege gerade so ich kriege gerade so ein davon das sagen ideen orgasmus also ich habe gerade so eine geile idee kummer man könnte hier so ein kleine so ein kleines und kleinen schiff man man steigt in so ein kleines boot schlucht ein das fährt dann hier langsam rammt dann geht das so hier in die schlucht rein und dann geht es wieder da kann man auch bestimmt einiges geiles an achterbahnen machen überlegt mal diese schlucht das fährt hier so in den wasserfall fährt hier so das wird eine wildwasserbahn und hier geht es dann so in die schlucht rein und hier kommt so ein kleines bootshäuschen hin da steigt man dann ein mit der warteschlange leute es wird so geil hört schon es werden viele ideen kommen vielleicht noch mal kurz bevor wir jetzt gleich direkt rein starten in dieses freizeitpark projekt von den folgen ist es so wie es auch in der vergangenheit kannte wir machen heute eine start folge zusammen ihr werdet auch gleich erfahren warum und dann wird es abwechselnd die videos bei josef und bei mir auf dem kanal geben also ein tag ein video bei ihm ein tag bei mir es kann durchaus mal sein dass eine pause dazwischen ist und aber so abwechselnd wird da in der regel die programm abläufe sein wir werden versuchen auch noch mal hier ein bisschen zusammen zu streamen wir haben uns nämlich überlegt dass das projekt auch weil josef auch jetzt endlich mal gut mit dabei ist sehr sehr design lastig wird das heißt wir wollen nicht nur irgendwelche redstone techniken bauen wo man auch super coole videos zu machen kann sondern wir wollen auch hingehen und es wirklich 1a aussehen lassen nicht nur dass wir werden auch ungemein uns planungen machen das heißt wer jetzt vielleicht den guten alten rollercoaster tycoon die serie kennt bestimmt hast du die auch schon mal gespielt janus ne ja 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 sowohl auf dem handy als auch auf dem pc genau und wir wollen uns wirklich auch gedanken machen wie der freizeitpark ist vielleicht eine kleine inspiration wir werden jetzt gleich darüber ein bisschen anfangen zu reden wie wir das machen aber dann wisst ihr auch bescheid was los ist liebe leute als inspiration schreibt doch gerne mal in die kommentare was ihr euch für fahrgeschäfte hier denken können wir haben das verschiedene schiffswrack wir sehen wir haben jetzt hier bereiche mit denen man arbeiten können wir haben hier berge in die man achterbahn integrieren kann wir können kleinere themenrides machen es soll auch erholungs resort werden es soll wirklich ein freizeitpark werden der auch ein eigenes hotel bekommt und es wird wirklich ein ein ja abenteuer oder ich denke auch also ich habe schon mega viele ideen wir habt ihr habt auch mitbekommen wir hatten natürlich auch schon ein bisschen ein craft attack vor gehabt so was zu bauen in die richtung da wird es einiges geben es wird einige mini spiele geben und ich hatte gedacht dass wir vielleicht heute jetzt zusammen in der ersten folge so ein bisschen schon die ideen zusammenfassen die josef von mir einfallen und ihr dann einfach ergänzt was ihr euch so hier vorstellen könnt wollen wir dazu mal vorne zum bieten gehen so eine art tafel aufbauen josef wait 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 bevor wir das machen würde ich ganz gerne einmal mit dir geklärt haben wie der wo der eingang sein soll und wenn du mal mich aufsuchst ich weiß nicht ob du mich findest ich bin hier an einem rand ja warte mal ich komme zu dir ja ich habe mir diese ganze insel mal ein bisschen angeguckt ich glaube dass es am klügsten wäre wenn wir hier irgendwie so eine art eingangsbereich machen hier auf dem wasser würden dann schiffe und eben halt auch dieser trans rapid zug würde hier ankommen der fährt dann wahrscheinlich hier zwischen diesen beiden inseln durch markiert das mal da wird diese rapid bahn herfahren richtung redstone world und dann wirklich die redstone world zentrum verbinden mit dem freizeitpark so ja dann machen wir den bootsanleger da machen wir hier so einen großen bootsanleger genauso wirklich der kann ruhig etwas größer sein das wird ein bootsanleger hier wird dann der eingangs eine art steg wie man so in san francisco vielleicht auch so ein freizeitpark das finde ich cool genau und hier so ein großes eingang und hier kommt ein großer eingangsbereich hin dieses eingangs gebäude ist eines der größten gebäude die wir bauen werden da werden wir ein bisschen roden müssen aber ansonsten soll das in der optik hier an den wald angelehnt werden und dann ja quasi würde ich sagen dass man hier wo ich jetzt gerade bin so eine art größeren platz schafft aber schon mit wald also wirklich so eine art waldigen platz und von dort geht es dann in alle himmels richtung nach gerade links gerade aus und rechts in die bereiche des freizeitparks so und das ist eine gute sache also wir können ihr seht schon sehr sehr viel planen und das sollten wir auch im vorhinein machen damit das nicht so alles zusammengewürfelt wird ich denke mal wir werden uns noch mal hinsetzen auch noch mal so ein bisschen auf so freizeit karten maps schauen wie die auch in echt aufgebaut sind vielleicht ist das keine schlechte idee aber das finde ich erstmal gut erinnerst du dich noch an meinen eingang aus der iosos world serie ja dort ist da so ein eingangsgebäude mit einem brunnen davor mit zu drei teuren ich finde sowas finde ich auch gut für den freizeit ja finde ich gut vielleicht irgendwie so ein halbkreis oder sowas wo dann alle tickets gekauft werden wir brauchen natürlich einen ticketschalter wo die sachen gekauft werden erst tickets und dann kontrolle genau ja mit dem steg hier vorne ich würde eventuell noch überlegen ob wir noch eine dritte ankunftsart machen und zwar mit wasserflugzeugen ja ja das das also alles gut ja das achso ja alles das würde ich hinein machen ich würde ja den steg noch bis hierhin ausbauen bis zu dieser insel man könnte eventuell hier so ein wasserflugzeug landen lassen das dann vom flughafen kommt ja das würde ich sagen passt ganz gut meiner meinung nach wollen wir mal ein bisschen gucken also was wir hier alles so machen können pass auf wir machen jetzt ein bord ich gehe jetzt mal ein bisschen hier nach oben in den himmel ja lass uns mal hier im himmel machen und ich würde sagen hier errichten wir jetzt unser ideen board so wir können es denke ich mal breit machen da wird einiges kommen und dann machen wir mal hier so eine wir machen es direkt schon mal so wie es sein sollte und zwar so ein bisschen soll natürlich alles nachher so sein das ist auch in dem look aufgebaut ist wie nachher auch der freizeitpark dasteht das heißt wir werden auch die materialien nutzen die uns natürlich hier zur verfügung stehen mit beacons sollten wir vielleicht punkte setzen die wir farbig machen wir haben ja ein beaken an den erinnerst du dich ne ja in diesem bereich würde ich sehr gerne so eine art wasser themen welt machen dass man da wasserfahrten macht also alles mögliche von einer kleinen holz wildwasser achterbahn bis hin zu dieser schluchter ich glaube das ist richtig kennst du dich mit den mechaniken aus die benötigt werden um punkte auf karten zu machen ja da kann man doch ein ja stimmt theoretisch gleich zwischen den folgen bevor die nächste folge kommt könnten wir hingehen einmal die karte das hier meppen und dann mit flaggen beziehungsweise mit ballern uns einfach mal so ein paar sachen machen wo vielleicht was hin könnte idee ist prinzipiell gut aber ich erinnere mich gerade ich habe das darf jetzt nicht in deiner folge sagen sage ich vielleicht noch mal in meiner nächsten folge wie genau ich das gemacht habe da gibt es ich habe ein overview der redstone world erzeugt und das ist ziemlich gut das zeige ich euch mal eben wait a second please okay ich fange schon mal an hier die ersten sachen zu bauen ich würde sagen wir unterteilen das mal in ankunft josef ja an kommt dann machen wir eingangs bereich und dann machen wir hier also ich möchte ganz bei dem ganzen serie janus möchte ich mich sehr gerne ein bisschen an roller coaster tycoon so ein bisschen an den look orientieren dass es auch immer wieder fraßbuden gibt wichtig ist wir haben wir sind ja außerhalb der spawn chunks und dieser gesamte bereich soll auch nicht geladen werden deshalb wird alles natürlich mit command blöcken gelöst aber kein cheating das heißt wenn essen erzeugt wird muss dafür zwanghaft geld bezahlt werden in form von red bites oder einer währung die wir halt im freizeitpark einführen und das soll halt alles zu dem passen was du hier in der welt im grunde genommen schon geschaffen hast so ich schon mal hier rüber josef wait 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 please ich habe ich ja schon mal eine kleine tafel angelegt ich kriege das wahrscheinlich nicht hin das wird nichts wie kann ich das jetzt blocken ohne dass die leute sehen was ich hier tue das wird lustig okay ich kann euch gerade nicht so gut ein welten overview zeigen doch eigentlich kann ich das schon ja die im insel ist größer als erwartet janus wir können nicht alles zum freizeitpark machen merke ich gerade ja ich habe schon gesehen also diese hinten groß wir müssen mal schauen wir werden danach ja zunächst in folge noch mal so ein bisschen so die grenzen ausloten jetzt seht ihr das mal leute ich kann mir darf mich hier nicht bewegen auf der karte seht ihr die url ich werde bald mal freigeben sie url dann könnt ihr auch theoretisch diese karte abrufen aber das ist sie jetzt leute das ist die karte redson wall ihr seht hier unten ist der flughafen und das hier wird der freizeitpark ich würde diesen vorderen teil so zum freizeitpark erklären ich würde hier so eine art cut machen hier ist noch so ein see den würde ich noch mit einbeziehen lassen janus ich werde gleich zuschicken was ich meine ja so und hier ist dann der eingangsbereich und das hier wird so ein bisschen wasserpark et cetera so dass das alles freizeitpark wird ne ja also kommen wir zu mir warte 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 ja wo ist er wo ist er kannst du dich einfach zu mir da bin ich so ankunft genau bootsterminal wasser steg bahnhof richtig so ein transrapid zug ich weiß noch nicht genau ja wir müssen mal schauen unterirdisch finde ich vielleicht auch nicht schlecht ja es ist so eine art wassertunnel durchfahren habe ich ach so das habe ich vielleicht nicht gesagt hätte ich sagen soll geht beides ich mache nochmal steg flugzeuge wir werden auch weitere youtuber einladen leute also das projekt leitet jetzt janus und ich zusammen wir leiten dieses freizeitpark projekt und wir gucken mal wen wir noch so mal für special folgen hinzunehmen ja hast kannst du irgendein tool darauf tun dass wir hier die editieren können die schilder oder geht das gar nicht das sind ja alles mods und plugins und wir haben gesagt es wird eventuell irgendwann wollte das mal dazu kommen sofern die community einverstanden ist für den todesstern redstone stern das zu nutzen so schaut mal hier oben würde ich wahrscheinlich den cut setzen ihr seht hier ist ein fluss so ein fjord der geht hier durch und dieser fjord würde jetzt den cut darstellen ja der müsste hier weitergehen ich gehe hier gut hier wird so ein cut hergestellt dann wäre das hier der äußerste bereich des freizeitparks man könnte hier vielleicht so eine art kein angel teich rausbauen und hier vielleicht zum erholungs resort das gibt es ja auch in freizeitparks ne ja das klingt doch gut also josef ich hätte jetzt für den ankunft also für den ankunftsbereich gesagt dass wir ein bootsterminal bauen für die boote dann ein steg dann ein bahnhof dann ein steg für die flugzeuge dann das eingangsgebäude mit einer kasse mit einer großen karte das sagt man ja auch immer beim freizeitpark auf jeden fall allgemeinen ankunftsbereich wir brauchen eine richtig gute struktur denn man verläuft sich schnell in freizeitparks auch in minecraft wir können was überdimensionals bauen wir sollten von anfang darauf achten dass das wirklich einfach für den besucher ist hier durchzufinden ich habe ja schon das denke ich auch in den einsendungen einige freizeitparks reviewt und ich weiß dass es für mich manchmal sehr schwer ist sich zurechtzufinden in diesen parks ja da kommen wir zu mir da lasst uns mal ein paar fahrgeschäfte schon mal anschmeißen damit die zuschauer gleich noch ein paar sachen ergänzen können und das passt ja ich würde jetzt erst mal ich würde wenn ich ehrlich bin kurz überlegen ob wir innerhalb dieses themen parks themengebiete machen ich weiß nicht also mein vorgehen wäre wenn du es gerade gesagt hättest dass wir jetzt erstens den eingangsbereich grob abstecken dann würde ich in der nächsten folge oder oder auch in der übernächsten folge würde ich einmal würden wir die äußeren grenzen des freizeitparks festlegen janus bevor wir die äußeren grenzen festlegen der vorgehen klingt cool aber was natürlich auch nice ist wenn wir aufs gerade gewollt vielleicht schon mal die ersten paar fahrgeschäfte einfach wo uns was auffällt aufbauen und dann auf dieser ebene immer weiter bauen also quasi dass wir ja können wir auch machen ich würde aber eventuell als erstes einmal so ein weg durch den freizeitpark nicht jetzt schick bauen aber so oben drüber einmal markieren ja dass man ja weiß wo der weg ist das ist ja meistens so ich würde das so machen dass wir sozusagen hier einen rundkurs haben einen großen mit ein paar größeren plätzen da können dann fressboden sein das ist gut und den rest bauen wir dann einfach je nach belieben aber da haben wir schon mal so eine ganz grobe struktur wo was lang geht und dann kann man von der abzweigung zu fahrgeschäften machen das finde ich gut mal dass das eine gute sache ist und dass es das hilft das ein bisschen zu so zu strukturieren ich bin hier ein mensch der sehr sehr gerne plätze mag also ich mag das richtig gut oder ich finde es richtig cool wenn man platz hat das ist mit orange die ganzen wege markieren und ich würde gleich von anfang an ich hier den eingangsbereich als platz festlegen dass hier wirklich ein größerer platz ist den kann man aber nicht dekorieren um den platz drumherum könnte man eventuell ein hotel bauen ich weiß nicht ob man zu viel dann von der landschaft ich würde nicht zu viel hotel machen wirklich eher als tagespark machen könnte man so diese tipi zelt und sowas machen ja das recht die würden hier gut reinpassen oder diese wägelchen vor aus den aus dem willen westen und sowas und ich überlege gerade aber der platz hier also ich meine wir haben hier so einen kleinen berg angebaut das ist immer ich würde auf dem platz so ein bisschen die holz das holz abreißen und dann könnte man diese optik ähnliche lassen es ein bisschen begradigen und dann kann man hier so durch den berg durchgehen und dann beginnt hier der rundkurs was meinst du janus ich finde das klingt ganz gut lass uns mal mit dem wegen anfangen in der nächsten folge dann die fahrgeschäfte einmal sammeln die wir schon als idee haben und dann können wir eigentlich schon direkt anfangen mit den ersten sachen das ist doch mal ein plan ladies and gentlemen die nächste folge gibt es bei aiosa 100 zu sehen vergesst nicht auf seinem kanal vorbeizuschauen link findet ihr in der video beschreibung bei meinem video andersherum bei janus findet ihr meinen kanal verlinkt und wir wechseln uns ab der folge immer ab es kann sein dass es mal kein video gibt denn wir beide sind studenten wir beide haben es schwer im leben genau so deshalb seid da nicht böse aber vergesst nicht abwechselt genau das war aber schon mal eine gute start ich bin so richtig jetzt wie es bei mir hier mit der energie losgeht motiviert das ist die motivation pur und glaubt mir die motivation wird anhalten liebe leute seid ihr aufgeregt schreibt mal hashtag hype in den chat ja ich bin gespannt an diesem sinne macht gut ist bald und ciao leute ciao leute